Hallo, einen wunderschönen Montag wünsche ich euch. Heute gibt es ein Make-up and Other Stories wieder von mir. Gab's ja jetzt schon länger nicht. Falls ihr nicht wisst, was das ist, es ist einfach ein Video, in dem ich mich schminke und euch nebenbei einfach so ein bisschen was erzähle. Ja, so ein bisschen Vlog-mäßig verbunden mit einem Make-up. Also falls ihr Lust dazu habt, mir dabei zuzuschauen, wie dieser Look entsteht und mir nebenbei vielleicht zuzuhören. Ihr könnt euch ja nebenbei mit mir fertig machen. Das wäre doch eine coole Idee, oder? Machen wir uns zusammen fertig. Dann bleibt auf jeden Fall dran. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video und ja, ich würde sagen, auf geht's. Und ich wollte mir eine Maske drauf machen und das habe ich auch getan, aber ich wollte ganz nah an den Spiegel ran, weil ich keine Kontaktlinsen drin hatte. Und bei uns ist das so, dass vor dem Spiegel sozusagen die Badewanne schon anfängt und es läuft dann immer so ab, dass ich mich in die Badewanne stelle, um dann vor dem Spiegel zu stehen und der Freund meiner Mitbewohnerin hatte vorher geduscht. Also sie haben so eine Dusche-Badewanne in einem. Und ja, das war sehr, sehr rutschig und ich habe nicht richtig aufgepasst, wo ich hinlaufe. Und dann lief das so ab, dass ich, ähm, ja, ausgerutscht bin und mit meinem Kinn so volle Lotte auf die, auf die Ablage von unserem, also von unserem Bart, die Ablage unter dem Spiegel geknallt bin. Das war nicht so lustig. Ähm, ja, mir geht's aber gut und es ist auch nichts passiert, aber ja, ich glaube, ich kriege hier so, so einen leichten blauen Fleck. Aber, ja, so viel dazu. Und ja, ansonsten, wenn ich das Video drehe, ist gerade der 2. August und, ähm, das heißt, dass ich in weniger als 20 Tagen raus reinfliege. Ich bin schon so aufgeregt. Ich habe das Gefühl, dass irgendwie die Zeit jetzt so schnell vergeht. Das ist Wahnsinn. Das ist so krass. Ähm, ich freue mich schon riesig, riesig, riesig da drauf. Und, ähm, ich habe auch schon mit ein bisschen Shopping angefangen. Ich habe zum Beispiel das Trockenshampoo von Rossmann, was ich immer benutze. Das gab es ja zum Angebot. Und, äh, da habe ich schon ganz, ganz viel von gekauft. Total krank. Wie? Ich glaube, die Frau in der Kasse hat auch gedacht, was macht das Mädchen? Dann habe ich schon, ähm, mir Mascaras gekauft. Also, ach, genau, das ist ein Tipp, wenn ihr ein Müller bei euch in der Nähe habt. Und, ähm, Maybelline, Astor, Manhattan, diese ganzen Dugrin-Mascaras, was haben irgendwelche benutzt? Es gibt momentan 30% auf alle Mascaras beim Müller. Also, ich weiß nicht, wie lange das geht, aber ich war jetzt erst da. Und, ähm, da habe ich mir meine Maybelline-Mascaras wieder nachgekauft. Und, ja, mit 30% ist das ganz nett, ne? Ich habe übrigens neulich auch, ähm, ja, was noch so ein bisschen meine Vorfräule auf Australien verstärkt. Äh, ich habe neulich Australier getroffen und habe mich kurz mit denen unterhalten. Und das war so cool. Vor allem, ähm, ja, kamen die genau daher, wo ich hinreise, also, ähm, ja, von der Ostküste. Und ich habe denen dann erzählt, dass ich, ähm, auch dabei sein werde. Und die waren total, ähm, war es echt cool und viel Spaß. Und, ach, die waren super, super lieb. Also, ja, ich freue mich da schon richtig, richtig drauf. Und, ähm, apropos, wo wir gerade darüber sprechen, über, ähm, Treffen. Ich habe in letzter Zeit so viele von euch getroffen. Also, ganz, ganz viele, ja, von euch, von meinen Zuschauern. Und, äh, ja, wollte ganz, ganz liebe Grüße an alle Senden, die ich, ähm, die ich von euch so getroffen habe in letzter Zeit. Ich meine, ihr wisst ja, wer gemeint ist. Ich kann mich ja nicht mehr an alle Namen erinnern. Ähm, auf jeden Fall kann ich mich an Tanja erinnern. Ähm, liebe Grüße an dich und natürlich auch an alle anderen. Also, ähm, ich frage auch immer, wie er heißt und so. Und ich vergesse das aber, weil ich so viele von euch jetzt, also, es war wirklich, es waren wirklich einige. Und, ähm, dann kann ich mir das immer nicht merken. Es tut mir auch echt leid. Aber, ja, ich, ich wollte euch nur sagen, es freut mich immer riesig, euch zu sehen und einfach so, ja, Gesichter, ähm, für die Leute zu bekommen, von denen man weiß, dass sie irgendwie die Videos schauen. Und, äh, ja, das ist so, es ist ein ganz, ganz besonderes Gefühl irgendwie. Es ist so, es ist wahnsinnig schön auf jeden Fall. Und ich habe mich riesig gefreut, euch zu sehen. Und, ähm, ja, wenn ihr mich mal irgendwo sehen solltet. Es ist ganz oft so, ähm, dass, wenn ich mit Vanya unterwegs bin, ähm, wir Zuschauer treffen, ähm, dann sagt unbedingt, bringt Bescheid. Glaubt nicht an mir vorbei, sondern, ja, kommt einfach zu mir, sagt Hallo, das, das freut mich riesig. So, und dann wiege ich mir jetzt mal die Wimpern und tusche die Wimpern. Ich mache das jetzt nicht vor der Kamera, bitte verzeiht mir, aber mir ist nämlich neulich schon, äh, so ein Malheur passiert, dass ich, ähm, nicht richtig aufgepasst habe und mir dabei Wimpern ausgerissen habe. Aber nicht mehr lustig. Das hat sowas von, also erstmal hat es mega wehgetan und dann sieht es natürlich mega scheiße aus, ne. Deswegen, ähm, mache ich das jetzt lieber komplett vorm Spiegel, also wo ich, ähm, ganz nah dran gehen kann. Und damit biege ich mir jetzt die Wimpern und ich tusche mir die Wimpern mit der The Rocket Volume Express. Und, ähm, wahrscheinlich, äh, ich schaue nochmal, ähm, die falsche Wimpern Volume Express Mascara danach hinterher. Ja, geht es euch eigentlich auch so. Jedes Mal, bevor ich irgendwo in Urlaub fahre, habe ich immer das Gefühl, ich habe zu wenig Unterwäsche. Und, ähm, genau. Deswegen werde ich sowas kaufen, einfach noch so Sachen halt, ne. Und, ja, aber wie gesagt, dazu wird es auch einen Haul geben. Jetzt nicht zu meiner Unterwäsche, aber, äh, zu den anderen Sachen, so Drogerie-technisch, die ich mir vorher noch kaufen werde. Und, genau, dazu wird es definitiv noch einen extra Haul geben. Und, apropos, äh, kaufen. Ich habe nämlich noch was ganz anderes, super, mega Aufregendes gekauft. Und zwar habe ich mir Konzerttickets gekauft für Sydney. Ich habe mir neulich nämlich ein Cover angeschaut von Boys Avenue. Und wenn ihr sie nicht kennt, also, ich bin sicher, ihr kennt sie. Wenn ihr sie nicht kennt, oh mein Gott, Leute, schaut sie euch an. Ähm, und da war im Abspann, also, eigentlich höre ich das immer nur und schaue gar nicht hin, aber da habe ich ausnahmsweise auch zugeschaut. Und dann war im Abspann, dass die Tickets haben für Australien und Neuseeland. Und ich war natürlich so, oh mein Gott, die spielen Australien und Neuseeland. Ich habe natürlich direkt geschaut, ob das vielleicht, ähm, da ist, wo ich bin und auch zu der Zeit. Und ich hatte Glück. Und ich habe mir Konzertkarten gekauft für Sydney, für Boys Avenue. Und ich bin so aufgeregt. Oh mein Gott, ich weiß nicht, wie, wie lange ich die schon auf YouTube verfolge. Naja, jedenfalls werde ich nämlich heute noch, ähm, habe ich noch einiges zu erledigen. Ich muss nämlich noch in die Stadt, muss noch ein paar Dinge besorgen. Dann muss ich noch, ähm, einiges so online-mäßig regeln. Und eigentlich wollte ich auch noch ein zweites Video heute so regeln. Aber ich fürchte, das, ähm, wird nichts mehr mehr, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das kriege ich nicht mehr geregelt. Okay, so, und jetzt mache ich den Lidschatten und ich benutze meine P2 Eyeshadow Base. Vielen Dank übrigens an alle, die mir Tipps gegeben haben für Eyeshadow Bases. Ich habe mir verschiedene angeguckt. Ich habe mich dann für die von P2 entschieden, weil die meisten von euch die von P2 empfohlen hatten. Und, ähm, ich von der noch nie vorher was gehört habe. Und, äh, ja, ich mir dachte, ja, ne, dann probierst du die mal aus. Und ich muss sagen, ähm, bisher finde ich sie echt gut. Also, man braucht wahnsinnig wenig davon. Übrigens, das Video, was für heute noch geplant war, war das Video zu meinen Pinseln. Ähm, zu meinen Lieblingspinseln quasi. Die Pinsel, die ich immer benutze. Und deswegen habe ich meine Pinsel gestern Nacht noch gewaschen. Deswegen sind die jetzt alle so schön sauber. Und dann benutze ich jetzt einen Lidschatten, den ich schon ewig nicht mehr benutzt habe. Und zwar ist das von Chanel, der Emerveille, dieser wunderwunderschöne Lidschatten. Seht heute ein sehr shimmy, shimmy Make-up irgendwie. Aber ab und zu finde ich das auch mal ganz schön. Falls ihr jetzt übrigens gerade Stimmen im Hintergrund hören solltet, ähm, ich wohne ja in einer WG und, ähm, wir haben gerade alle Besuch, mehr oder weniger. Also ich jetzt noch nicht, aber ich bekomme später auch Besuch. Und meine zwei Mitbewohner auch. Und die hört ihr wahrscheinlich. Was macht ihr denn so, beziehungsweise was habt ihr denn so am Wochenende gemacht? Das ist ja schon Montag, wenn ihr das Video seht. Bei mir ist ja jetzt gerade noch, äh, Samstag. Was habt ihr so gemacht? Viele von euch haben jetzt schon Ferien, oder? Oh, und wenn ihr schon Ferien habt, was macht ihr denn in euren Ferien? Werdet ihr noch in Urlaub fahren? Oder was habt ihr vor? Wie verbringt ihr eure Ferien? Ich hab früher immer, ähm, also als ich noch so jünger war, ich war meist mit meinen Eltern entweder im Urlaub, oder ich war auf irgendwelchen Jugendreisen, oder ich war mit, ähm, meiner Tante und meinen Cousinen und meinem Onkel im Urlaub. Das haben wir auch einige Male gemacht. Oder, ähm, ich hab den ganzen Sommer im Freibad verbracht. Das kam auch vor. So, und jetzt gebe ich noch ein bisschen Concealer ans Auge, um noch so ein paar Highlights zu setzen. Oh Mann, ey, ich bin völlig durch den Wind. Und was übrigens richtig scheiße ist, ich hab ja weiße Bettwäsche, ne, und ich liebe weiße Bettwäsche. Und ich glaube, es gibt keinen Teil von mir, was öfter gewaschen wird, als diese Bettwäsche. Und, ähm, was natürlich schön ist, weil, ähm, ich meine, wer mag es nicht, gerne in frisch gewaschener Bettwäsche zu schlafen, aber ich hatte sie neulich erst gewaschen, und jetzt hab ich gerade gekleckert mit meinem Make-up. Ja, und ich hatte, ähm, mir vorher schon so gedacht, ja, vielleicht solltest du dir eine Decke unterlegen, und hab mir dann aber gedacht, das kriegst du schon hin? Auch ohne Decke? Ja. Wir sehen ja, äh, ich kriege es nicht hin, ohne Decke. Also, beim nächsten Mal dann wieder mit Decke. Es wird übrigens gerade mega dunkel draußen, sehe ich gerade. Ich dachte, heute sollte eigentlich schönes Wetter werden, jetzt ist es mega bewölkt, als wenn die Belichtung hier im Video quasi sekündlich sich ändert. Da kann ich nichts für. Ich hab das Wetter auch nicht gebucht, aber wenn es draußen nicht hell ist, dann sorgen wir jetzt im Gesicht für helle. Und ich mach jetzt so einen sehr schönen Blush von Milani drauf, den Vanya mir mal geschenkt hat. Und, ähm, der hat auch, wie ihr seht, reflektiert der auch total schön. Deswegen benutze ich den jetzt einfach nur mal als Highlighter. Und jetzt sind wir fast fertig. Jetzt kommt noch der letzte Schritt. Und, äh, das ist das Produkt, was ich mir gestern nachgekauft habe. Ich hatte den schon einmal, den, ähm, Clarons Instant Light Lip Perfector. Und ich hab ihn verloren in Neuseeland. Und ich hatte jetzt so lange mir immer wieder überlegt, kaufst du ihn dir, kaufst du ihn dir nicht, kaufst du ihn dir wieder, kaufst du ihn dir nicht. Und ich, 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 ich musste ihn jetzt einfach haben. Ich konnte jetzt nicht mehr widerstehen, jetzt hab ich ihn mir gekauft. Und, ähm, ja, deswegen muss ich ihn jetzt direkt natürlich auftragen. Ich bin ja eh, äh, ein recht großer Lipgloss-Fan, aber der ist einfach noch mal besonders. Und auch das Gefühl davon ist so schön. Und, ach, der ist einfach, der ist einfach wunderschön. Das ist dann der fertige Look, dafür, dass ich keine Ahnung hatte, was ich eigentlich machen will. Ähm, gefällt's mir ganz gut, muss ich sagen. Und, äh, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ähm, was ich euch noch fragen wollte, hättet ihr eventuell Lust, dass ich solche Videos, dass solche Videos jetzt wieder öfter kommen, sozusagen, wo ich mich schminke und nebenbei rede. Und wenn ja, hättet ihr Lust, dass wir so zwei Videos in einem kombinieren. Das heißt, dass ich, ähm, ja, mich quasi schminke und nebenbei eure Fragen beantworte. Weil dann würde ich in den nächsten Tagen ein Foto bei, ähm, Instagram posten, wo ihr mir eure Fragen drunter stellen könnt. Und die würde ich dann beantworten in dem Video, wo ich mich schminke. Habt ihr mich verstanden? Falls ihr Lust darauf habt, dann schreibt mir das auf jeden Fall unten in die Kommentare. Ich würde mich, äh, ja, sehr darüber freuen. Ansonsten war es das jetzt mit dem Video. Ähm, es ist jetzt 1 Uhr und ich werde jetzt endlich mal was essen, weil ich hab jetzt wahnsinnigen Hunger. Ähm, ich wünsche euch ansonsten noch natürlich eine wunderschöne Woche. Und wir sehen uns auf jeden Fall am Freitag wieder. Macht es gut. Bis dahin. Dankeschön fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss. So, das war es mit dem Video. Falls ihr Lust habt, könnt ihr euch gerne mein letztes Get Ready With Me zu einem wunderschönen Sommer Make-up anschauen. Ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und bis Freitag. Tschüss.